Was ist ein echter Freund? Drei Arten der Freundschaft nach Aristoteles Aristoteles ist ein berühmter Philosoph. Er lebte vor mehr als 2000 Jahren. Bekannt ist er auch deswegen, weil er sich über Freundschaft wichtige Gedanken gemacht hat. In diesem Video zeigen wir euch an einem Beispiel, wie diese Überlegungen genau aussehen. Stell dir zunächst folgende Situation vor. Lena und Sina sind Freundinnen, jedenfalls würden sie das beide übereinander sagen. Lena sagt ein geplantes Treffen mit Sina am Nachmittag ab, weil sie angeblich einen Arzttermin hat. Sina geht mit ihrer Schwester derweil ins Schwimmbad. Dort sieht sie Lena, wie diese mit zwei anderen Mädchen gerade ein Eis ist. Sina wird sich wahrscheinlich fragen, ist Lena wirklich meine Freundin? Wenn ja, warum schwindelt sie mich dann an? Ihr könnt mal selbst überlegen, was eure Meinung in diesem Fall ist. Sina denkt vielleicht, eine echte Freundin würde so etwas nicht machen. Aristoteles hätte Sina vermutlich recht gegeben. Er hätte gesagt, wenn Lena mehr Spaß daran gefunden hat, mit ihren Freundinnen ins Schwimmbad zu gehen als mit Sina, dann ging es ihr ja offensichtlich vor allem um den Spaß, der mit den anderen Freundinnen anscheinend größer war. Ihre Freundschaft zu Sina macht sie also davon abhängig, ob sie ihr Freude bringt. Aber trotzdem, würde Aristoteles sagen, sind sie irgendwie Freunde. Wie das genau zu verstehen ist, das beschreibt Aristoteles, indem er drei Arten von Freundschaft unterscheidet. Erstens gibt es für ihn die Nutzenfreundschaft. Sie besteht zwischen denjenigen, die sich mögen, weil sie einander nützlich sind. Die andere Person ist für sie nur wichtig, weil sie etwas von ihr bekommen. Die zweite Art von Freundschaft, die Lustfreundschaft, besteht zwischen denjenigen, die sich mögen, weil sie die zeitweilige Gesellschaft des anderen angenehm finden und Spaß miteinander haben. Und drittens gibt es noch die Tugendfreundschaft. Das ist die Freundschaft zwischen denjenigen, die sich mögen, weil sie die andere Person so gut finden, wie sie ist. Diese Freundschaft ist selten und braucht Zeit. Für Aristoteles ist diese Freundschaft die echte, besondere Freundschaft. Ihr könnt nun selbst überlegen, welche der drei Arten von Freundschaft nach Aristoteles am besten zu dieser beschriebenen Situation passt. Zur Freundschaft sagt Aristoteles auch noch, ohne Freunde kann man nicht glücklich sein. Und Freunde können auch Verwandte sein. Und wirklich wertvoll und lang andauernd sind Freundschaften, wenn sie auf der Wertschätzung des anderen beruhen. Deswegen können auch Freundschaften, die nur auf Spaß oder Nutzen aus sind, nicht lange andauern, weil Spaß und Nutzen oft schnell vorüber sind. Zusammenfassend kann man also sagen, Aristoteles unterscheidet drei Arten von Freundschaft. Die Tugendfreundschaft ist für ihn die beste, weil sie nicht auf vorübergehenden Nutzen und Spaß aufgebaut ist. Was eine Tugend genau ist, erfahrt ihr in einem anderen Video. Wenn sie nicht nach McGintern ausückeln wollen, dann könnten sie auf und minimale Sesung entscheiden können. Und wenn sie nicht nachvollziehen, dann könnten sie nicht nachvollziehen. Und wenn sie nicht nachvollziehbar sind. Und dann können sie nicht nachvollziehen. Vielen Dank.